Willkommen, Willkommen zurück zu The Wolf Among Us mit mir, Peter Wusser und Creed E. Und mal sehen, was wir in der Bar herausfinden können, was es da so gibt. Kommt, Holly, ich brauche Entertainment. Das wird das tun. Holly, hast du einen Moment? Auf alles achten, was da steht. Miss White, I heard you had kind of a strange morning. It's been kind of a strange morning for everyone, I think. Every time I see this guy, he seems to lose weight. It's amazing, it really is. He loses weight and yet somehow keeps all the muscle. Jack. Wolfie, my dear, how are you? Wer bist du? Because, you know, we were just talking about you. All of us. At the bar, here. I just need to talk to Holly. Privately. All right, just give us a second first. Fine. I'm dying to hear about the body that came out of the East River this morning. It was a fable, right? Oh, everyone knows. The toad was just here. He said it looked like Snow White. That true, love? Yes. It's true. So we were just wondering why, of all the possible suspects in Fable Town, why would you arrest the poor old woodsman, who you know had nothing to do with these murders? Bigby, come on. You can't be so dumb as to... Jack, find the off button. Now. What is it with you two? You and Gran are all, let's get a posse together when there's no one around, but as soon as the big bad wolf walks in, your tails go between your legs. He fucking maimed you. Aren't you pissed? Cat got your nerve? What happened? What happened? I'm tired is what happened. Tired of what? Of trouble, Jack. I'm sick and tired of trouble. I don't want any more. Both of you, listen. Bigby, look. Two fables are dead. Shit, Gren's sister. Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? A few days now? And we haven't heard word one about it from anyone. Actually, have there been any updates? On my sister? Holly, your sister's dad. She's the one we found early this morning. Ja. Es gibt keinen einfachen Weg, sowas zu sagen, glaube ich. Boy, I walked in that one. If you say one more fucking thing, just one more thing. God fucking damn it. Of course, the dear princess Snow fucking white is all safe and sound. What? Ergern wir uns halt mal darüber, dass jemand anderes gestorben ist. Just weeks ago, huh? Where are you when we ever fucking need you? If you'd give one ounce of a shit about her, about any of us, she might have been saved. She might have been cared for. She might have been... All right, everyone. Clear out. I ain't leaving her with you. No way. Everyone? Wer soll denn da gehen? Ist doch nur noch Grendel. Snow white wird da ja nicht rausschmeißen. Ah, Jack ist auch noch da. Ist klar. Irgendwie ist es meiner Sympathie so niedrig, weil es so toll war. Get the fuck out of my bar. I just want... Es sollte dir sein, es sollte dir sein, und es war es nicht. Wir haben das von ihren persönlichen Effekten bekommen. Ich dachte, du möchtest es haben. Ich... Ich wusste nicht, dass sie es noch hatte. Wir machen sowieso nicht normales Polizeiprozedere, ganz ehrlich. Take off for a bit, would you? Are you sure? See ya! Ah, das heißt, wir kriegen jetzt mal richtig Informationen. Zumindest nehme ich an, dass es das heißt. Ich weiß nicht so viel über unsere Leben. Honestlich, wir haben nicht oft gesprochen. Ich weiß nicht, dass sie nicht so oft sind. Sie wurde hier in der Stadt verloren. Sie wurde einfach von der Stadt geflogen. Sie hat einfach von der Stadt geflogen. Sie haben keine Idee, warum sie so glammert als Snow White? Was? Oh Gott, ich bin sorry. Das war wahrscheinlich über... Oh, Gott. It's okay. If it's too much, we don't have to do this. Fees, huh? What kind of fees? Sounds like one of those old company store kinds of ploys. Deciding to entrap people by keeping them in debt. We can probably learn more at the club. We've got a lead. Maybe we can take it from here. Huh. Lily. Did you know the woodsman was, uh, seeing Lily regularly? What? He was? Huh. I'm only bringing it up on the off chance it could, uh, jog your memory. Of all the fucking things. Nah. There's nothing more I can give you. Is she? Where is she? She's at the business office. She's taken care of. I'm gonna have to go down there and get her. Fuck. Please, we can handle the funeral arrangements. No, no, it's a kind of, it's a formality with trolls. We burn our dead by sunrise or, I don't know. Of course. Okay, good. Let's go down to the business office and start making the necessary conditions. Right? Right? Okay. That club? I'll go down there now and see what I can find out for sure. Du warst gut mit ihr. Ich bin empfiehlt. Wirklich. Danke. Es hat alles einfach einfacher gemacht. Schauen wir mal, was wir jetzt machen. Wir können hier einen Klub finden. Oh. Sheriff, was eine schöne Überraschung. Ich bin nicht sicher, dass ich dich hier vorhin gesehen habe. Du bist immer willkommen, natürlich. Ist es Business oder Freude? Ich bin ein Freund von Georgie. Wo ist er? Ein Freund? Ja. Du bist in Glück. Er ist hier. Komm schon. Es war ein bisschen offensichtlich. Aber hey. Ich sollte euch warnen, dass Georgie nicht interessiert wird, wenn er arbeitet. Und er ist in einem kleinen Mood. Ich meine, es ist mehr so als normal. Ich weiß nicht, wie er sich daran fühlt. Ich kann sehen, warum ihr Freunde seid. Ich wurde belogen. Da ist nur ein Barstuhl. Willkommen zu dem Pudding und Pie, wo wir den diversen Tasten der Fable-Kommunität betreffen. Dein Spaß ist unser Spaß. Es gibt ein Spiel? Spiel ist echt? Du kannst das Spiel skippen. Es ist für die Kunden. Oh mein Gott, wie cool. Das musste ich wählen. Alleine schon, weil es deutsch. Ich nehme eher so, was im jüdischen ist. Aber... Das ist ja jetzt natürlich unangenehm. Das ist dein Gesicht. Du musst schreien. Du hast nie schreien. Wie viele Mal musst du es sagen? Du solltest die Kunden umschauen. Das ist dein Job. Oh, das ist du. Wir sind geschlossen. Du kannst du tanzen. Ich habe nicht gesagt, stopp. Für die Scheisse. Du, bleib mal da. Ich denke nicht, dass du da sitzen kannst. Du, Georgie. Größte Entdeckung, Sheriff. Danke. Was willst du dann? Hast du einen kleinen Tasten? Nö. Sag dir was. Komm zurück nach Midnight, vielleicht. Großartige Dialenke. Sie ist wahrscheinlich nicht dein Stil. Du möchtest jemanden, der ein bisschen ein Bisschen hat. Sag mir. Du möchtest einen stationären Target? Oder einen, der einen Krieg hat. Ich bin nicht hier für das. Oh, ich bin nicht hier für das. Du hast dann nur die Chips in den Moment. Du bist dann nicht hier für das. Du hast dann auch einen Bisschen. Jesus, Bigby. Du bist so blöcht. Du bist so blöcht. Du bist so blöcht. Ich liebe es. Ich liebe es. Nein. Ich liebe es. Ich liebe es. Mr. Sir. How exciting. This is exactly what I would expect from a thug like you. Storm in, throw around a bunch of accusations, try to scare people. But you've got fuck all to back it up. Okay. And we're all just meant to jump anytime the wolf shows his teeth. It used to be something, you know. Now look at him. Nothing to back it up? Well, what the fuck is this then? Get that out of my face. Ah! You found it on Lily's body and it's definitely a back alley job. Where did she get it? You've got this all wrong. If Lily was doing a special glamour, it wasn't for me. For fuck's sake. I want that kind of eat. Who was she doing it for then? She had clients, Bigby. Maybe one of them was into it. A lot of fucked up people in Fabletown. Like who? Try to look it in the mirror. Nö, nö. Anyway, now what to do with me? Go on, then. You're gonna hit me? Go ahead. That's what you want to do, right? That's what you came here for, right? Man, I'm sure it's new music goes, man. Who hired her? Ha! Oh, no, fuck! You! Take your sad fucking face when I can't see it. Bloody bastard fucking shit. You proud of yourself, mate. Proud of your little mess. Fuck's sake. Hä, wer ist das jetzt? Fuck off, Hans. Hans. Hans, 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 Hans. Pff. Hold on a minute. Hans, is it? Hans just cleans up and provides a little muscle when we need it. He's not gonna know anything about the girls and their clients or any of that. No one knows. Don't you get it? It's by design. Discretion is our guarantee, right? And the way we guarantee that is that no one knows anything they don't have to know. Including me. I cover my eyes. Hey, ich glaube. Ich glaube, Hans weiß irgendwas. Der sieht so. Why not look it up? What's that? Isn't there a little book with all the stuff about the girls and all that written in it? You're a fucking moron. Show me. There is no book. Also. And as for you, Hans, we need to work on your communication skills. And have a fairly good idea, where to start. Hey, that's my personal property. Wir machen die Boomboxen erstmal noch nicht kaputt. Sure. Go ahead. Do what comes naturally. Toll. Tell me about the book. You haven't got the slightest clue about anything. Hey, now. Ich habe so viele Möglichkeiten, Zeug kaputt zu machen. Aber nach Kreml. I have the crap, Georgie. I want the book Hans is talking about. Hans is confused. Again. Don't even think about it. Look, Georgie. Why don't you just tell me where the book is? Can we please not go round and round about this? There's no book. End of story. Mal sehen, wie lange ich ihm ausweichen kann. Just cough it up. I'm sorry, Sheriff. But there's no Andy Magic Book with everything you want to know, jotted down inside. I sincerely wish there was. Maybe we'll get you off my back. Aha. Völlig ohne Gewalt, Andrew. Wer hätte das gedacht? Well, well, what's this? Looks like a floor safe. I wouldn't know. It was here when we moved in. I don't have a key to it. Sheriff, will he come on? Fuck sake, I've got to open up in a few hours. Give it to me. You're a big bad bastard. We get it. Everyone's guilty. We fucking get it. Jesus. You're killing me. I'm begging you. I'll pay you. Ich hab doch noch überhaupt nichts gemacht. Ich frag nur nach. Women are dead. Then quit being a bloody idiot. Come on, Nate. Leave it. There's nothing there for you. You might want to stand back. All right, all right, all right, all right. Schau, einer, guck. Ich hab überhaupt nichts kaputt gemacht. Ich bin stolz auf mich. Hey, gut, die paar Gläser. Hey, don't tell you anything. But it's a kick to the balls for me and my club, so he can be happy about that. Here. This is Lily's last entry. So tell me, Georgie, who's this Mr. Smith? Oh, dear. I'm afraid it might be a fake name, Bigby. Secrecy is sort of how this all works. Even Hans knows that. What's 207? Room number? I don't fucking know. Millimeters, maybe? Don't bullshit me, Georgie. This is your book. Your girls. You're not my fucking secretary. I give them a stage. I give them music. I provide an erotic venue to attract and retain clients. But let's be clear on something. The girls make the arrangements with their clients. Not me. The girls. They're the ones with the Mr. Smiths and Joneses and Mr. X types. Whatever happens outside the club, that's on them. I log the business, take my goods and I'm out. Now, I've had quite enough for you and your bullying. Excuse me while I call your superiors to make a complaint. Viel Spaß. Ich würde sagen, unser nächstes Ziel sollte dann der Hinterraum sein, wo die junge Dame gerade hinausgelugt hat. Ja, das ist richtig. Ich würde mal schauen, ob hier noch irgendwas ist, was mir vielleicht auffallen könnte, was ich vorher nicht so gesehen hatte. Ich möchte mit der Bürgermeisterin sprechen. Nope. Ich weiß nicht genau, worüber er sich beschweren will. Ich gebe mir nicht so ein Ratsasen. Ich gebe ihn einfach nur ab und fett ihn von mir, okay? So. Was haben wir denn hier eigentlich? Was ist das denn? Was ist das? Nicht so, womit ich was anfangen könnte. Achso, das sind die Fotos. Und das Verzauberung-Ding. Gut. Also, was wir in diesem Raum feststellen werden, erfahrt ihr mit mir das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer es gefallen hat, Liked erlassen. Wer was zu sagen hat, kommentieren. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Und wie immer sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ja. Ja.